Da 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 Jesus, los, weiter geht's, nächster Test, nächster Test Ich bin eben nicht so gut, wir sind schon in Testkammer 12 Boah, was ist denn das für komische Musik, ist ja richtig seltsam Okay Boom Heyo Zack Ich höre schon wieder ein Radio. Überall stehen Radios. Oh, ein... Ach Gott, wie hieß er? Ein 1200 Megawatt Superkollision... Verdammt, ich weiß den Namen nicht mehr. Aber wo ist so ein Superknopf? Ah, Moment. Vielleicht. So. Und dann erneut da raufspringen. Da runterspringen. Alle hopp. Ah, hu. Au. Voll gegen die Wand geklatscht. So, dann komm mal her, du Superwürfel, du. Iha. Zum Glück habe ich Megaschuhe an, die mir erlauben, von allen möglichen Höhen zu fallen. Wenn ihr das nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Autsch. Okay. Sie dreht langsam durch, habe ich das Gefühl. Diese Computerstimme, aber mein Gott. Soll sie es doch tun. Weiter geht's. Hä, Rätsel, Rätsel. Ich bin jetzt auch schon ganz rätselgeil hier. Hey, meine blauen und gelben Punkte. Lass sie doch da. Sind meine. Blup. Ich kann sie blau leuchten lassen und danach direkt gelb leuchten lassen. Guck. Wenn dann die Daten geladen sind. Hier. Gelbes leuchten. Blaues leuchten. Ja, okay. Da sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wieso? Wenn sie entschwindlich wird vor Durst, kippen sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird sie mit Markenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Okay. Ist ja toll, dass der das macht. Tag auch, Leute. Da ist schon wieder ein Radio. Ich sehe es ganz genau. Konnte man nicht irgendwie zoomen? Ging das nicht? So, was ist zu tun? Erstmal Kameras zerstören. Und geben wir dem Teil erstmal Energie. So. Das ist so viel zum einfachen Teil. Frage, was macht der jetzt? Ah, der bewegt sie. Ah, I see. Okay. Dann da und da. So, wie viele? Hä? Ach, okay. Ah, warte, warte, warte. Okay. Noch gekriegt. So, da haben wir Würfel number one. Dann würde ich sagen, da und da. Und legen wir den nochmal drauf. So. Funktioniert auch alles? Yay. Und jetzt brauchen wir noch einen zweiten Würfel. Und die Musik wird schon wieder, oder der Sound generell wird schon wieder so unglaublich laut. Ich würde sagen, den holen wir uns einfach von hier. So, Moment. Ich brauche jetzt das blaue Portal. Mann, bin ich gut im Rätsellösen, ne? Zack. Blup. Da brauche ich mir nicht mal die Mühe machen, da hochzugehen. Und schupp. Ach. Wie schön es doch ist, wenn man genial ist. Ach, ich? Doch nicht? Ich glaube, man wird sie vermissen. Okay. Hm. Was könnte das bloß bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich lade Daten. Manchmal sieht diese, wenn sich diese Pistole-Portal-Gun hier so ein bisschen bewegt, ganz lustig aus. Wie so ein Insekt. So, was kommt denn hier jetzt? Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Okay. Vielen Dank dafür. Ach, okay. Ich kann auch hochlaufen. Gut. Ich mache schon wieder zu viel als nötig. Das hat doch bestimmt was zu bedeuten. Und ich denke, ich weiß auch was. Ich muss da hoch. Äh. Äh. Ah. Zum Glück bin ich nämlich super schlau. Oder auch nicht. So viel zu super schlau. Äh. Ach da. Okay. Das ergibt natürlich wesentlich mehr Sinn. Und. Alliopp. So. Damit hätten wir den Würfel, jo. Ah. Und die Treppe fährt wieder aus. Oh. So was brauche ich für zu Hause. Oh. Was ich so gerne alles hätte. So. Jetzt kriegen wir die komische Tür da auf. Dann machen wir die Tür halt auf. Blub. Ich sagte Tür. Geh auf. Open die Tür. So. Schauen wir was hinter der Tür ist. D-d-d-d. Ja, 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 ja. Ich mag die Musik. Äh. Nicht, nicht einfach. Warum sollte ich es mir so schwer machen? Hallo. Okay. Erstmal vorbei. So. What to do now? Äh. Wie mache ich das jetzt? I see. Okay. Moment. So. Ich weiß, der kommt jetzt falsch. Moment. Ich brauche das gelbe Portal dann. D-d-d-d-d. So. Und das schieße ich dann da oben ran, wenn ich treffe von hier. Komm schon. Ja. Komm. Ich hatte es getroffen. Und nicht daneben. So. Jetzt warten wir nur noch, dass der nochmal so einen komischen Strahl schießt hier. Oder Punkt. Oder was auch immer. Bäm. Bin ich gut. Ich weiß. Oh, danke. Mein Siegeslift. Jetzt darf ich mich fühlen, als wäre ich auf Platz 1. Äh. Ich bin sowas von auf Platz 1. So. Wieder eine Testkammer geschafft. Meine Güte. Ich renne ja hier durch, als gäbe es kein Morgen mehr. Oder als würde ich hier raus wollen. Ja. Vielleicht will ich das auch. Ich meine, so doll ist das nicht. Ewigkeiten testen und so, ne. Das ist ja nicht so toll. Welche Testkammer sind wir denn jetzt schon? Nach Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Oh, Kuchen. Es gibt Kuchen. Habt ihr das gehört? Es gibt Kuchen. Geil. Ich mag Kuchen. Alliopp. Ach, okay. Äh, ja, ich... I see, I see. I see. Okay, gelbes Portal. I need gelbes Portal. Jihau. Bom. Autsch. Tschüss. Ah, ich war das doch gar nicht. Meine Güte. So. Huch. Ah, da ist mir meine Kanone ausgerutscht. Ah, okay. Ich geb ja zu, das war ich. Aber da war mir jetzt nur meine Kanone ausgerutscht. So, what to do here. Du fliegst dagegen. Dann, I see. Do I see? I see. Äh, natürlich. Erstmal voll daneben gezielt. So. So. Nein, warte. So eher. So sollte es funktionieren. Okay. I see how that works. Äh, zack und zack. Yay. Und was hab ich... Ah, mein Siegeslift erneut. Wieder mein Siegeslift. Ich bin einfach so gut in diesen Rätseln. Siegeslift. Activate. So, und was müssen wir hier tun? Aha. Aha. Erstmal da rüberkommen. Ach, kacke. Alle hopp. Ah, okay. Das ist also die Schwierigkeit jetzt daran. Da kann ich ja nicht durchschießen. Oh, Moment. Oh, Moment. Vor allem erstmal den da. Nicht wichtig. Außerdem ist das alles aus Versehen. Das ist alles nur ein Versehen. Okay. Alle hopp. Hui. Boah, manchmal geht das so schnell, ne? Das glaubt man gar nicht. Äh, da. Und auch dieses... Dieses Gehüpfe geht mir ja so auf den Sack, ne? Ich mag ja nicht so viel hüpfen. Hm, hm, hm. Okay. Der da schießt, ne? Der geht da ran. Okay. Dann gehst du mal hier ran. Und kommst da drüben raus. Yay. Hab ich getroffen? Jawohl. Ich bin so gut, aber wie komm ich zurück? Jetzt mal ernsthaft. Wie komm ich zurück? Hallo? Hallo? Wahrscheinlich wieder über den gleichen Sprungweg. Und... Jihau. Oh, der war ja schlau. So. Okay, und wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ah, okay. Jetzt hab ich die Dinger aktiviert. Boah. Fährt der hin und her? Oder wie funktioniert das hier? Ne, der... Ah, I see. Okay. Ich hoffe, dann kommt der... Ah, I see. Okay. Okay. Dann muss ich mich ja beeilen, oder wie? So, zack. Und... Zack, zack. Hui. Hui, ui, ui. Und zack. Äh, wo muss ich eigentlich raus? Da, oder? Ja, okay. Das geht auch. Ähm... Alle hopp. So. Hallo, mein Freund. Ups. Ach, ja, dass mir das aber auch immer passiert, ne? Das ist schon schlimm. Ist ja okay. Was hier zu tun? Ich fahr erst mal mit meinem Siegeslift. Und schau, was der so tut. Und alle hopp. Ach, nee, oder? Ich seh, was ich hier zu tun hab. Aber dann... Oh, Moment. Das wird ja richtig nervig. Okay, 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 okay. Äh, ich guck kurz. Also da. Und dann wahrscheinlich da. Okay. Zack. Zack. Zum Glück kann ich über mehrere Meter auch den Schalter bedienen. Aha. Wissen Sie, dass Sie die Mädchenselbstwert 2 von Aperture Science eines oder alle ihre Organe schwecken können? Ganz recht. Das darf ich ja nicht. Das ist ja schön, aber... Nee, ich glaub, ich will nicht. Ach, da ist wieder ne... Warum sind hier überall diese... Diese Radios? Was zur Hölle? Und weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Bald haben wir es geschafft. Bald haben wir es geschafft. Zumindest denk ich das. Denn wir waren jetzt schon in Kammer 16. Ah, die war jetzt ziemlich lang, muss ich sagen, ey. Jetzt legen sie ja richtig los. Nee, wir waren in... Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Ach, du Kacke. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Okay, Militär-Androiden also. Wichtiger Testapparat zerstört. Ich denke, das ist gar kein Test. Huch, tut mir alle... Oh, 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 oh. Ich heiße dich nicht. Ich sollte mir überlegen, was ich tue. Haha, das ist sicheres Glas, ihr Vollidioten. Schieß doch, schieß doch. Kann ich durch das Glas schießen? Nein. Geht mir nicht auf den Sack, ihr Viecher. So, erst mal bist du jetzt weg. Wichtiger Testapparat zerstört. Du bist ein wichtiger Testapparat, ey. Deine Mutter ist ein wichtiger Testapparat. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Ja. Oh, da, 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 da. So weit kommt es noch, mein Freund. He, 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 he. He, 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 he. Ja, ha, 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 ha. Ach, da ist schon wieder einer, oder? Oh, habe ich Bock. Hey, da oben ist ein Kreuz. Wo bin ich? Ha, ihr seid so doof, ihr dummen Droiden. Ihr könnt nicht mal laufen. Vollidiotische Droiden. Oder, ja, Droiden. Oh, meine Fresse. Huch, was ist denn hier? Help! Ja, help me. Geht das dann zu, wenn ich die Dinger entferne? Kann ich da? Ah, ich kann da rein. Ne, geht nicht zu. Ich dachte schon. So, was haben wir denn hier? Moment, nicht, dass ich noch irgendwo durchfalle. Hm. Oh, hier hat jemand Strichlisten geführt. Tasty. Oh, sie hat mir doch einen Kuchen versprochen. Was ist hier drüben eigentlich? Der Kuchen ist also gesch... Äh, schmeckt also gut. Hier hat jemand Lager eingerichtet, oder? Coole Sache, mein Freund. Hast du gut. Und er hat Help geschrieben. Hallo. Was steht da? Can I... Can I help you? Oh, ja, die sind ja nett. A best friend. Oh, wie süß. Der Kekische... Was? Der Kuchen ist eine Lüge? Das glaubst du nicht. Das glaub ich nicht. Der Kuchen kann keine Lüge sein. Sie hat mir Kuchen versprochen. Äh, wie schaffe ich denn das jetzt? Au. Tust du weh, meine Fresse. Man kann doch nicht einfach so Leute abschießen. Hier, friss das. Äh, weil du mich abschießen wolltest. Darum. Ha, 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 ha. Ihr seid zu langsam. Und jetzt friss das. Dommedroiden sind dumm. Scheiße, das war doof. Ich hab einen Schutzdruck... Äh, Schutzwürfel. Zumindest dachte ich das. So. Hier kriegt ihr mich nicht, ihr Vollidioten. Hm. Hihi, Treffer. Ja, ha, ha, ha. Ich bin so evil. Ich zerstöre Druiden. Kann ich das eigentlich auch mit euch selbst machen? Kann ich euch selbst auf euch selbst werfen? Das wär irgendwie böse. Aber ich werde es probieren. Hä? Was ist das? Äh, ja. Etwas schlecht getroffen. Mehr da, oder? Passt schon eher, aber ich glaube, das wird nix. Friss deine eigene Medizin! Jetzt hat er mich sogar noch getroffen, weil er umgefallen ist, ey. Das sind mir ja die Liebsten. Ach Gott, da sind ja noch mehr von euch. D, 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 d. Und mehr... Mehr Würfel! Würfel für alle! Ja, schieß doch, hä? Schieß doch! Du kannst doch nichts machen! Vollidioten! Ja! Äh, bleibst du mal liegen kurz. So. Und jetzt... Du, 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 du... Au! Du siehst mich nicht! So, hier! Friss Würfel! Wie sieht er mich? Ach so. Friss Würfel! Hihi, hihi. Ja, ich weiß. Das ist mir auch ziemlich wurscht. Ob du mir böse bist, muss ich ehrlich sagen. So. Du kriegst jetzt erst mal. Zack! Okay, und jetzt noch der da. Ja, ist ja schön, dass ihr mir verzeiht. Okay, da hat mir der Typ auch das X gesetzt. Und... Zack! Hihi, hihi, hihi. Hihi, hihi. Ich bin evil. Ich hab die Kampfstation für Droiden. Überlebt. Ja, was sagst du jetzt? Schreckliche Computerstimme. Ach, du Kacke. Was für ne Wichser. Hallo? Ist mir doch egal, ob der wichtig war. So, mein Freund. Friss deine eigene Medizin. Scheiße. Hm. Also, als erstes mal ist der da. Da. Ist ja schön, dass du das nicht tust. Ich hasse dich umso mehr. So, kann man da oben irgendwas machen? Direkt von oben. Der Tod kommt von oben. Da, siehst du? Da ist dein Tod. Wie jetzt? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Jetzt, bitte. Komm her. Darf ich dich jetzt nehmen? Danke. Stirb. Na, geht doch. Ich bin noch nicht durch. Ja, weil ihr mich töten wollt. Darum. Ah, ich hab's geschafft. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Die Androidenhölle. Natürlich. Jetzt hab ich sie alle in die Hölle geschickt, oder was? Oh, gut. Wohl, sie haben sie ja nicht widersetzt. Sie haben ja das getan, was sie tun sollten. Nämlich mich zu töten.